Liebe Trompeter, liebe Trompeterinnen, ich habe Neuigkeiten für euch. Wie ihr alle wisst, können zurzeit leider keine Livekonzerte und Workshops stattfinden. Ich möchte euch aber trotzdem die Möglichkeit geben, neue Impulse für euer Spiel und euer Üben zu bekommen und euch gerne dabei helfen, euer Trompetenspiel zu verbessern. Deshalb findet ihr mich ab jetzt bei Patreon. Jeden Monat bekommt ihr von mir neues Übematerial in Form von interessanten Video-Tutorials. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ich versuche, die Hürden dieses Instruments zu meistern und euch dabei helfen, ein möglichst versierter Musiker in vielen verschiedenen Stilenrichtungen zu werden. Und damit das Ganze nicht zu trocken wird, gibt es auch noch Musik dazu. Jeden Monat bekommt ihr von mir eine Solostimme eines Stücks aus meinem Soloalbum Home. Wenn ich euer Interesse wecken konnte, dann klickt auf den Link und schaut euch alles mal genauer an. Macht's gut, bleibt gesund, ich freue mich euch zu sehen. Ciao.